Mitarbeiterführung oder auch Personalmanagement, Personalführung, manche sagen auch mittlerweile schon Talentmanagement, ist eine ganz wichtige, sage ich einmal, Grundlage für das erfolgreiche Funktionieren von Organisationen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt nicht das 140 Seiten lange Skriptum vorlesen, sondern mit Ihnen einige Gedanken teilen, die mir als Unternehmensberater, als Betriebswirt aufgefallen sind, wenn wir uns mit dem Thema Personalmanagement, Personalführung beschäftigen. Ich weiß schon, dass im deutschen Sprachraum Führung, Unternehmensführung, falsch aufgefasst werden kann, aber die Engländer sagen halt dann Leadership dazu. Es geht wirklich darum, dass wir die wichtigste Ressource im Unternehmen, nämlich die Mitarbeiter, talentierte Mitarbeiter, gut ausgebildete und auch leistungsbereite Mitarbeiter, als Ressource begreifen. Vielleicht darf ich Ihnen zum Einstieg sagen, dass es immer zwei Dimensionen gibt, wenn wir uns mit Mitarbeitern beschäftigen wollen. Eine der Dimensionen ist es, die Leistungsbereitschaft zu sehen. Also Mitarbeiter sind bereit, mitzuarbeiten, denn der Leistungsbereite ist für uns ein recht angenehmer. Er muss aber auch dazu in der Lage sein. Das heißt, nicht nur die Bereitschaft muss da sein, sondern auch die Fähigkeit muss gegeben sein. Wenn ich einen sehr bemühten Mitarbeiter habe, der aber das, was ich ihm auftrage, einfach nicht bewältigen kann, dann korreliert das auch schlecht. Das heißt, das echte Kunstwerk besteht darin, dass wir Mitarbeiter, die befähigt und begeistert sind, in unserem Unternehmen brauchen. Also die Leistungsbereitschaft muss sich mit der Leistungsfähigkeit sozusagen koppeln. Und Mitarbeiterführung ist eigentlich nichts anderes, ganz einfach ausgesprochen, die Möglichkeit, diese Mitarbeiter, die Talente im Unternehmen zu führen, zu managen, aber auch zu entwickeln. Was verstehen wir also jetzt unter diesem modernen Begriff des Talentmanagements, der Personalführung? Alle intern und extern ausgerichteten Strategien, Methoden und Maßnahmen, mit denen eine Organisation, ein Verein, eine Partei, ein Unternehmen sicherstellt, dass für den Erfolg dieser Organisation, des Vereins, der Partei, eine Position entsprechend gut besetzt wird, mit den rötigen Mitarbeitern besetzt wird, damit ein zielgerichtetes Handeln möglich ist, die Talente zu entdecken, zu gewinnen, zu entwickeln, zu fördern, optimal zu platzieren und natürlich auch an das Unternehmen, an die Organisation zu binden. Ich sehe schon förmlich, wie Sie jetzt schmunzeln und sagen, naja, wird dann eine politische Partei ihre Führungspositionen im Staat besetzt und dann wird das von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersucht, wenn man Gerichte und Finanzämter und so weiter mit eigenen Leuten besetzt. Das ist damit nicht gemeint. Also hier jetzt nicht die Unterwanderung des Staates mit unseren Leuten, sondern die Möglichkeit vielleicht in unserer Partei, in unserem Verein, in unserer Organisation, die richtigen Menschen an die richtigen Stellen zu setzen. Das wäre mit Personalmanagement, Talentmanagement sozusagen gemeint. Hier gibt es natürlich unternehmensspezifische, organisationsspezifische Rahmenbedingungen, die wir verstehen müssen und die wir auch entsprechend dann kennen müssen, um agieren zu können. Wir müssen ja selber definieren in unserem Unternehmen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir brauchen, welche Talente wir entwickeln wollen, welche Strategie wir hier fahren und vielleicht an dieser Stelle haben Sie schon einmal den Begriff Reifegrad gehört. Reifegrad, eigentlich wie geeignet ist man jetzt für die Funktion, für die man hier vorgesehen ist. Also auch der Reifegrad der Organisation kann unterschieden werden in Reifegrade 1, 2 und 3. Wie hoch ist denn das, was wir in unserem Unternehmen als Personalmanagement bezeichnen, wirklich? Was wir brauchen, wenn wir Mitarbeiter suchen, wenn wir Mitarbeiter entwickeln wollen, wenn wir von Unternehmens- bzw. Personalmanagement reden, dann geht es schon auch um die Suche. Sie könnten fast sagen, wir brauchen einen Intelligent Service im Unternehmen, eine Art Geheimdienst, der uns die entsprechenden Mitarbeiter aussucht. Wir brauchen ein Marketing, weil wir unser Unternehmen in der Öffentlichkeit auch so positionieren wollen, dass die Menschen nicht nur unsere Produkte begeistert kaufen, sondern auch gerne in unserem Unternehmen arbeiten wollen. Sie dürfen nicht vergessen, unsere Mitarbeiter sind auch unser größter Werbeträger nach außen. Wenn Sie am Stammtisch sitzen und Sie einen Mitarbeiter einer Firma fragen, wie es ihm denn geht, und er sagt, ich bin froh, wenn ich das Scheißhaus nicht mehr lange sehe, und das ist Geld, das ich da kriege, ist Schmerzensgeld, und hoffentlich brennt die Bude bald ab, bis das etwas ganz anderes ist, als wenn er sagt, wir sind echt lässig, wir haben jetzt wieder was Neues entdeckt, wir sind am Markt, sind wir Führer und so weiter. Alleine die Möglichkeit, wie die Mitarbeiter das Unternehmen nach außen darstellen, ist eine gute Idee. Marketing, wie kommt unser Unternehmen denn draußen an, wie entwickeln wir denn entsprechende Mitarbeiter bei uns, welche Systeme und Prozesse in der Akquisition und in der Mitarbeiterentwicklung gibt es denn bei uns. Das Unternehmen hat hier besonderen Anforderungen auch zu genügen, und wenn wir die Besten der Besten wollen, dann müssen wir auch die Besten der Besten suchen. Hier gibt es Assessment-Instrumente, wie wir uns sozusagen den Talenten gegenüber auch entsprechend darstellen können. Sie kennen vielleicht das Wort Employer Branding oder Corporate Identity, das sind nicht nur Werbehülsen, sondern das ist schon eine Idee, die dahinter steht. Noch einmal ganz kurz gesagt, wenn wir ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, dann müssen wir uns auch als solcher nach außen darstellen und es auch nach innen leben. Wir wissen ja, dass Image eines Unternehmens aus zwei Faktoren besteht. Einmal aus der Bekanntheit des Unternehmens, aber auch aus der Identität. Also Image ist eine Multiplikation aus Bekanntheit und Identität. Also wenn Sie ein Massenmörder sind und es jeder weiß, ist Ihr Image schlecht. Wenn es niemand weiß, haben Sie gar kein Image, weil es an der Bekanntheit mangelt. Sind Sie Mutter, Theresa und es weiß niemand, ist es auch nicht gut, weil es eben kein Image gibt. Das heißt, wir brauchen beides. Wir müssen immer danach trachten, hier entsprechend beide Seiten der Medaille zu fördern. Erste Idee ist schon, wenn wir extern zwei Schritte im Auge haben, die Zielgruppe für uns auf dem Arbeitsmarkt. Wie positionieren wir uns? Welches Image geben wir uns? Das ist das Employer Branding. Auch das Zweite, wie finden wir sozusagen unsere Talente? Das sind also diese Sourcing-Konzepte. Wie gehen wir zum Beispiel in die Hochschulen hinein? Suchen wir durch Top-Absolventen? Knüpfen wir das Netzwerk in die Alumni-Netzwerke? Wie schaut das Ganze aus, dass wir entsprechendes Mitarbeiterpotenzial für uns begeistern können? Ich habe Ihnen versprochen, dass ich nicht die ganzen 140 Seiten vorlese. Deswegen hoffe ich von Ihnen unbemerkt durch mein Skript umscrollen zu können, wo es Dinge gibt, auf die ich ein bisschen eingehen möchte. Ich habe hier bei den Inhalten drinnen die Begabung. Wir müssen einmal definieren, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns kontextbezogen in Frage kommen. Wie schaut das Management in diesem Zusammenhang aus? Ich weiß nicht, ob wir schon mit dem Management einmal gesprochen haben, was wird eigentlich unter Management verstanden? Management heißt immer Ziele vorgeben. Das heißt also eine gewisse Planung anstellen. Das, was wir an Zielen bekommen haben, verstanden haben, geplant haben, wollen wir auch umsetzen. Und dann wollen wir die Umsetzung auch noch kontrollieren. Etwas, was zum Beispiel mit einem Soll-Ist-Vergleich passieren kann. Diesen Management-Kreislauf brauchen wir auch beim Personalmanagement. Wir brauchen sozusagen Ziele im Unternehmen hinsichtlich unserer Mitarbeiterrekrutierung. Dann müssen wir einen genauen Plan anstellen, wie wir denn diese Ziele umsetzen wollen. Dann müssen wir es auch tun. Also wenn wir sagen, wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, wir kommen aber über die Planungssituation nicht hinaus, nicht ins Tun, dann hilft uns auch nichts. Und wenn wir dann einen gewissen Plan haben, den wir umsetzen, und das heißt, wir brauchen drei, vier vernünftige Außendienstmitarbeiter, und wir haben Mitte Juli noch keinen einzigen, dann müssen wir unseren Plan wohl hinsichtlich der Soll-Ist-Abweichung noch einmal überdenken. Man kann jetzt für Feinspitze die Arbeit der unternehmensspezifischen Personalführung unterscheiden, welche Management-Ebenen dafür zuständig sind, für die Strategie, für die Umsetzung und für die tagtägliche Arbeit. Wir können das an den sieben elementaren Management-Aufgaben machen, von der Planung über die Organisation, zur Auswahl, Hinleitung zum Ziel, Berichtswesen und Finanzierung. Das können Sie aber ganz einfach selbst nachlesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir von Personalführung reden, dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt die Aufgabe einer Führungskraft. Personalführung heißt auch, dass die Mitarbeiterinnen durch jemanden geführt werden müssen. Jemanden, der Ziele vorgeben kann, der Meinungen aufnehmen, bewerten, der Mitarbeiter motivieren kann, der sozusagen auch die Ziele erklären kann, der für die Ziele begeistern kann. Das macht einen guten Führer aus. Jetzt kann man auch sagen, natürlich ist eine Führungseigenschaft auch davon abhängig, wie denn der Führende selber sozialisiert worden ist. Bin ich in einem System autoritärer Führung aufgewachsen und sehe ich, dass ich damit Erfolg habe, weil Zuckerbrot und Peitsche für viele Mitarbeiter ein Motivationskonzept ist, dann werde ich jetzt nicht unbedingt ein Anhänger, es sei denn, es ist so schiefgegangen, eines laissez-faire Führungsstils sein, also lass sie den machen, sie werden schon das Vernünftige tun, sondern werde ich wahrscheinlich auch wiederum eher einen autoritären Führungsstil leben. Ein autoritären Führungsstil ist nicht per se schlecht, nur wenn er von falschen Führern gemacht wird, kann ein Unternehmen relativ schnell zugrunde richten. Also man hat auch in den Führungsmöglichkeiten einen Unterschied zwischen autoritär und kooperativ, zwischen direktiv und non-direktiv, zwischen paternalistisch und bürokratisch, sachbezogen, mitarbeiterbezogen. Das ist Geschmackssache. Hier gibt es ganz unterschiedliche, auch, sage ich einmal, betriebswirtschaftliche Grundlagen, wie man solche Führungsstile bezeichnen kann. Ich möchte jetzt auch nicht zu stark hier ins Detail gehen, aber Sie können sich zum patriarchalischen Führungsstil, zum charismatischen Führungsstil, zum autokratischen Führungsstil, zum bürokratischen Führungsstil, auch die entsprechenden Definitionen im Internet herleiten. Ich glaube, es gibt genug Quellen hier, Sie können auch im Skriptum nachlesen. Aber zurückführen möchte ich Sie wieder auf dieses eine Bild. Die Mitarbeiter müssen persönlich wollen. Sie müssen auch dürfen, weil in einem Unternehmen, wo ich Mitarbeiter, die zwar wollen, aber nicht arbeiten lasse, wird das eher dazu führen, dass man dann individuell auf dieser Ebene eben nicht mehr will. Sie müssen auch individuell können. Ich habe ganz am Anfang gesagt, können und wollen sind die beiden Zauberwörter für einen guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin. Er sie will, er sie kann, aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, darf. Und wir müssen auch die entsprechenden Möglichkeiten anbieten. Also wenn jemand gerne Verantwortung übernimmt, wir ihn aber nicht in eine Führungsposition bringen, wo er diese Verantwortung auch entsprechend leben kann. Wenn wir ihn einengen, dann wird er sehr stark schnell um sich schauen und woanders hingehen. Also wir müssen hier schon im Bereich dieses Dürfen eine Antwort geben auf dieses Wollen und Können. Wie jetzt im Management darauf reagiert wird, kann nachgelesen werden. Eine der interessanten Möglichkeiten, Talente, Menschen im Unternehmen zu entwickeln, ist so eine Art Mentoring-System, wo wir uns überlegen, wie wir einen Mitarbeiter entsprechend auch durch eine vielversprechende vielleicht Führungspersönlichkeit der Zukunft entsprechend unterstützen, wie wir einen kompetenten, erfahrenen Kollegen, Kolleginnen an die Seite stellen, um ihn auch entsprechend zu fördern. Also das Mentoring kann eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe in einer Personalentwicklung sein. Personalentwicklung hat sehr stark auch mit dem Coaching zu tun. Coaching, weiß ich schon, ist immer so ein inhaltsleeres Wort. Was verstehen wir unter Coaching? Coaching ist ein ziel- und lösungsorientiertes Begleitprogramm. Also wir begleiten unsere Mitarbeiter, indem wir sie coachen. Ein Personalcoach begleitet ja jemanden, aber ziel- und lösungsorientiert und jetzt nicht nur als eine Trauerbegleitung gedacht, sondern tatsächlich jemanden selbst ermächtigen, ein bestimmtes, selbstgewolltes, realistisches Ziel auch entsprechend selber erreichen zu können, unter auch Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung. Also ein Coach ist niemand, der etwas zudeckt, sondern der jemanden ziel- und lösungsorientiert begleitet. Hier gibt es auch ein sogenanntes vorgesetzten Coaching. Das ist ein sehr interessantes Element im Bereich des Talenteformens. Es gibt neben dem Mentoring-Programm und dem Coaching auch etwas, was wir als Training bezeichnen. Hier gibt es sozusagen eine entsprechende Unterstützung in der Personalentwicklung. Eine der ganz interessanten Talentefördermöglichkeiten neben dem Mentoring und neben dem Coaching ist das Training. Sie kennen das Training vielleicht auch, wenn Sie mit einem Sporttrainer arbeiten, mit einem Fitnesstrainer. Es beginnt immer mit der Festlegung eines Trainingsziels. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gern einen Marathon laufen, dann wird man bei der Festlegung des Trainingsziels einmal davon ausgehen, dass man sagt, Martin, wenn du dich auf die Waage stellst und die zeigt 144 an, dann ist das der Notruf der Rettung und nicht unbedingt die beste Ausgangsmöglichkeit für einen sofortigen Marathon-Start. Das heißt, wir legen einmal ein Trainingsziel fest. Es gibt einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand und versuchen wir mal die Lücke hier entsprechend zu schließen. Wenn wir den Ist- und Soll-Zustand festgelegt haben, dann leiten wir mal ein paar Kriterien zur Überprüfung ab und schauen, machst du das wirklich. Entwickelst du auch entsprechend richtige Trainingsmaßnahmen, führst du sie auch durch und lass uns bitte diese Maßnahmen auch überprüfen. Aber das ist etwas, was jeder gute Trainer kann, dass er mit dir einen Plan erarbeitet, der tatsächlich ambitioniert, aber auch realistisch ist. Sie kennen ja diese smarten Ziele, die wir uns setzen. Smart heißt immer spezifisch, M heißt messbar, A heißt attraktiv, ambitioniert, aber auch realistisch und terminiert. Also überlegen wir mal, Stieger will abnehmen, dann ist abnehmen ausreichend spezifiziert. Der Blick auf die Waage, die Verrechnungseinheit, Kilo, kann man festlegen. Dann sage ich, okay, es muss nicht nur messbar sein und spezifizierbar sein, sondern auch ambitioniert. Stieger nimmt ab 2 Kilo, ist nicht wirklich ambitioniert. Stieger nimmt ab 50 Kilo, ist nicht realistisch. Das heißt, wir müssen uns realistische, ambitionierte Ziele setzen, beispielsweise 10 Kilo und dann sagen, innerhalb eines Jahres und nicht, Stieger nimmt ab. Dasselbe ist, Stieger will ein Buch schreiben. Wenn Sie das Ziel haben, Stieger schreibt ein Buch, das wird nicht funktionieren. Wenn Sie sagen, ich will ein Buch mit 300 Seiten innerhalb eines Jahres schreiben und jeden Tag drei Seiten und dann jeden Tag drei Seiten schreiben, dann ist die Chance, dass Sie das Buch fertig bringen, durchaus realistisch. Wenn Sie es nur sehr unbestimmt abnehmen wollen, Buch schreiben wollen, mit dem Rauchen aufhören wollen und, und, und. Das ist zu wenig spezifisch. Und das ist gemeint, dass der Trainer mit Ihnen eine sehr realistische ist und Sollbestimmung, Trainingsziele, Trainingseinheiten, Maßnahmen und Überprüfungen festsetzt. Neben dem Mentoring, dem Coaching, dem Training, gibt es auch so etwas wie Training on the Job, also eine Job-Rotation, wo Sie im Unternehmen tatsächlich einen überlegten, systematischen Arbeitsplatzwechsel haben, wo man den Führungsgruppe oder den Führungsnachwuchs entsprechend qualifiziert und auch ausgestaltet. Wie ist jetzt die Rolle des Mitarbeitenden in diesem Zusammenhang? Natürlich eine aktive, teilnehmende, motivierte. Und da kommen wir dann in den Bereich hinein, der für einen Unternehmensführer ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Motivation. Wir haben im Skriptum auch ein bisschen drinnen, dass wir natürlich unseren Mitarbeitern menschengerechte Arbeitsbedingungen bieten müssen und sie nicht wie Legehändlern halten. Etwas, was im öffentlichen Dienst gelegentlich vorkommt, blicken Sie mal in ein Lehrerzimmer, wo 40 Lehrer einer Schule dann, ich weiß es nicht, zehn Plätze teilen, wo man sagt, eigentlich freilaufende Hühner haben mehr Platz als also die Lehrer in diesen Anstalten. Dann muss ich mir schon überlegen, kann ich die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter entsprechend befriedigen und ist dann sozusagen hier eine entsprechende Motivation auch vorhanden? Es gibt in den Unterlagen auch nachlesbar hier das herzbergsche Motivationsmodell, der bei der Feststellung der Arbeitszufriedenheit in den Unternehmen Motivatoren von Hygienefaktoren unterscheidet. Motivatoren sind jene, die die Zufriedenheit erhöhen, also die dazu beitragen, dass man sehr motiviert im Unternehmen arbeitet, Selbstbestätigung, Anerkennung findet, man Verantwortung bekommt, man befördert wird. Das nennt man nach Herzberg also Motivatoren. Und dann gibt es etwas, was die Unzufriedenheit auslösen kann. Das ist, wenn wir sogenannte Hygienefaktoren nicht entsprechend berücksichtigen, wenn wir mit unserem Führungsstil, mit unserer Führungstechnik anecken, wenn die Arbeitsbedingungen, die wir vorgeben, die persönlichen Beziehungen zu den Vorgesetzten und Arbeitskollegen, die Sicherheit des Arbeitsplatzes, aber vielleicht auch also das erschwerte Privatleben durch völlig unregelmäßige Arbeitszeiten dazu führt, dass eigentlich genau das im Unternehmen fehlt, nämlich die entsprechende Motivation. Denn, wenn Sie sich wieder zurückerinnern, wir haben gemeint, die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit gehören zusammen wollen und können. und bei diesem Wollen müssen wir uns jetzt schon anschauen, was motiviert die Leute oder wenn wir die herzbergischen Hygienefaktoren anschauen, was nimmt ihnen die Motivation. Und da ist es schon so, dass wir als Führungspersönlichkeiten unseren Mitarbeitern gegenüber die Motivation heben können und heben sollten. Da geht es auch darum, dass wir Fähigkeiten haben wie informieren, wie koordinieren, wie mit unseren Mitarbeitern Ziele vereinbaren, wie wir aber auch mit Mitarbeitern die Ziele sozusagen messbar machen, kontrollieren können. Vielleicht kennen Sie Peter Trucker, den berühmten Management-Professor. Er ist als Peter Drucker in Wien auf die Welt gekommen und dann in Amerika. Wir haben ihn zuerst einmal vertreiben müssen, damit er berühmt werden konnte. Jetzt sagen wir er ist einer von uns. Also der Peter Trucker hat diese Mitarbeitergespräche als Führungsmodell entwickelt, führen durch Zielvereinbarung. Ich mache mit meinen Mitarbeitern eine Zielvereinbarung. Wir legen gemeinsam Ziele fest. Werden sie erreicht, ist es super, werden sie übertroffen, gibt es Belohnungen, werden sie verfehlt, wird man darüber reden müssen, was hier schiefgelaufen ist. Weiß ich schon, was es alles an Kritik zu dieser Führungsform gibt, aber es ist, glaube ich, schon eine der Möglichkeiten, mit den Mitarbeitern vernünftigen Umgang, wertschätzenden Umgang zu führen. Motivation ist Führung. Diesen Satz kann ich unterstreichen. Wenn wir gute Führer sind, wenn wir uns mit den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter auseinandersetzen können, dann können wir hier auch entsprechende Motivation erreichen. Man kann ganz bewusst einen positiven Motivationszustand der Mitarbeitenden erreichen. Glaube ich, das kennen Sie genug eigene Beispiele, wenn man ein Ziel erreicht und befördert wird und so weiter haben wir heute schon ein bisschen in diese Richtung nachgedacht. Im Unternehmen stellen wir aber fest, dass nicht nur Einzelne eine wichtige Rolle bei der Personalentwicklung führen, sondern, dass wir auch ganze Organisationseinheiten mitbedenken müssen, dass es bei uns auch um die Organisation des Unternehmens generell geht. Wir haben es ja nicht mit Einzelpersonen zu tun, sondern mit einer Mehrzahl von Personen. Wir haben es mit direkten Interaktionen zu tun, über eine längere Zeitspanne. Wir müssen uns Rollendifferenzierungen überlegen, ein Wir-Gefühl vermitteln. Also auch ein Team ist eine Gruppe, aber nicht jede Gruppe ist ein Team. Sie kennen alle diesen scherzhaften Begriff Team, toll, ein anderer macht's, das ist nicht gemeint. Wir wissen aus der Soziologie und aus der Psychologie, dass eine Gruppe dann besonders erfolgreich ist, wenn sie eine verschworene Gemeinschaft bildet, wenn sie ein klares Ziel vor Augen hat und es gemeinsam erreichen will. Also zwei Dinge schaffen den Erfolg eines Teams, eine Spezialeinheit, eines Spezialkommandos, klares Ziel und Verschworenheit. Also wenn es uns gelingt, aus unserem Unternehmen eine Gruppe, eine verschworene Gemeinschaft zu machen und wir in der Lage sind, unsere Vorstellungen, Ziele im Unternehmen zu kommunizieren, dann können wir aus einer Gruppe ein Team formen. Das Ganze ist natürlich jetzt sehr stark idealtypisch von mir dargestellt. Es ist ja nicht so, dass wir, so wie das bei Mission Impossible ist, einen Auftrag kriegen, weiß ich nicht, eine Atombombe im Kreml zu entschärfen und uns dann die Besten der Besten zusammensuchen können, möglichst jemanden, der weiblich ist, dann jemanden, der schwarz ist, jemanden, der behindert ist, also wo wir dann auch noch politisch korrekt so ein Team zusammenstellen. Ich glaube, dass der Hinweis darauf aber ein wichtiger ist, dass wir in unserem Team auch alle diese Dinge abbilden müssen, dass wir die Vielfalt im Unternehmen in unserem Team abbilden müssen, dass jeder, der seinen Stärken gerecht eingesetzt wird, auch dazu beitragen kann, dass es diesen entsprechenden Erfolg gibt. Wir nennen das auch Gruppennormen und Gruppenkohesion. Also wie können wir die Gruppe hier zusammenschweißen? Sie kennen vielleicht diese Phasen beim Entstehen einer Gruppe zuerst ein Forming. Also wenn wir es im Fernsehen sehen, es wird zu einer Spezialeinheit zusammengestellt und dann kommen Soldaten von den Delta Forces und von den Texas Rangers und ich weiß nicht, wie diese ganzen Eliteeinheiten heißen und dann müssen sie sich zuerst kennenlernen. Nicht in den Filmen geht es dann immer um Armdrücken oder Wettlaufen oder Wettsaufen, weiß ich nicht, aber dieses Zusammenkommen und sich kennenlernen nennen wir Forming. Eine Gruppe wird geformt. Innerhalb der Gruppe gibt es dann Rollenzuweisungen, eine Hackordnung wird festgelegt. Storming. Also dieses Festlegen der Hackordnung nennen wir Storming. Wenn wir dann in der Gruppe Spielregeln herausbringen, dann heißt es dann, du darfst den nicht ansprechen, sonst wird er wütend, aber ja, dann nennen wir das Norming, von Norming. Es werden die Spielregeln festgelegt und dann ist eine Gruppe, die sich geformt hat, die die ersten Stürme überstanden hat, die die Normen einhält, Performing. Dann wird sozusagen die eigentliche Leistung erbracht und dann kommen wir drauf, dass diese Gruppen zu ganz entscheidenden Leistungen fähig sind. Vielleicht an dieser Stelle einen kurzen Sidestep zu einem sogenannten Apollo-Syndrom. wenn sie eine Gruppe zusammensetzen aus lauter Einzelkämpfern, Nobelpreisträgern, Spitzensportlern, dann kann es sein, dass die Teamleistung deutlich schlechter ist als die eines Durchschnittsteams, weil jeder von diesen Spitzenstars sich als Alleiniger darstellen möchte. Er möchte der Chef sein, die kommen dann über diese Gruppen Formulierungen, Formierungen, über das Storming nicht hinaus, weil sie nicht abgeben können beim Fußballspielen. Wenn sie lauter Ronaldos haben, dann kriegt keiner einen Pass, um ihn nicht zu verwerten und dann kommt es eine normale Mannschaft, die dann so eine Star-Mannschaft besiegen kann. Einfach, weil sie sagen, wir sind ein Team zusammengeschworen, zusammen haben wir ein klares Ziel, das wir verfolgen und das wir auch gemeinsam erreichen können. Also wenn diese Teams, die zusammengewürfelten Teams, sich zusammengeschweißt und geformt haben und ein klares Ziel vor Augen haben und dieses Ziel auch erreichen können, dann sagen wir, jetzt performen Sie. Und natürlich gibt es hier bei diesen Gruppenbildungen individualspezifische Komponenten, die wir berücksichtigen müssen. Also welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten, welche Kenntnisse haben die einzelnen Gruppen Mitglieder? Wie können Sie diese speziell aufgabenbezogenen Vorgaben auch erfüllen? Das nennen wir individualspezifische Komponente. Und dann gibt es natürlich auch die gruppenspezifischen Anteile, nämlich wie können wir diese individuellen Stärken in einen Gruppenkontext zusammenstellen? Wie können wir die Gruppe so formen, dass aufeinander abgestimmt, auch durch entsprechende Koordination, ein gutes Ergebnis möglich ist? Wie das passieren kann, das hängt sehr stark mit der Kommunikationsstruktur innerhalb der Gruppe ab. Also es gibt hier ganz unterschiedliche Theorien, wie wird in einer Gruppe kommuniziert, wie oft muss kommuniziert werden, wie intensiv sind die Kommunikationsbeziehungen, hängt natürlich auch sehr stark von der Aufgabe ab. Wir wissen aus einer, aus der Kommunikation, dass es die verbale, die nonverbale oder sogar eine Art paraverbale, also einen Zusammenhang auch mit Klang, Mimik und Stimme gibt. Auch die Frage mit der Kommunikation innerhalb der Gruppe Sender, Empfänger, Nachricht kann darüber nachgedacht werden, wer kommuniziert, also der Vorgesetzte ist zum Beispiel der Sender, was wird kommuniziert, um welchen Inhalt geht es, wem wird kommuniziert, wer ist als Empfänger auf dem E-Mail- Verteiler drauf und wer ist, an wen sind die Botschaften gerichtet, mit welchem Kanal, mit welchem Medium wird kommuniziert, über Telefon, Online-Meeting oder weiße nicht, E-Mail, auch die Frage der erledigten Aufgaben, wie werden die verteilt, die Aufgaben zur Erledigung verteilt, in welcher Situation wird kommuniziert, wie schaut es auf der Beziehungsebene auf. Und da gibt es hier ein interessantes Modell, das wir als das Talk-Modell, T-A-L-K-Modell darstellen, T steht dann für Tatsachendarstellung, Sie kommen zu spät, A für den Ausdruck, darüber bin ich jetzt aber sehr verärgert, L für die Lenkung, das sollten Sie zukünftig vermeiden, K für das Klima, unsere Beziehung ist dadurch belastet. Also das sind auch so Dinge, wo Sie sich ein bisschen daran orientieren können und wir werden in einem zweiten Teil dieses, sagen wir mal, Personalführungsmoduls dann darauf eingehen, welche Konflikte entstehen in einer Unternehmung, mit welchen Möglichkeiten können wir diese Konflikte lösen und wie kommen wir zu einer erfolgreichen Personalauswahl. Das vielleicht im zweiten Teil unserer Vorlesung.